hallo meine zuschauer und willkommen zurück zu einer weiteren folge gta jetzt das finale des großen ersten doomsday heists hey mit dabei ist zehn minuten zwei nicktix und ich bin ich hallo so warte ich habe jetzt gerade lion xd getötet arschloch ich krieg gerade die orangen so ich kriege jetzt natürlich erst mal direkt in den unseren schönen raum und ja starten interessant ich komme gerade ich bin etwas durchlöchert und kalt auskontakt ziehen siehst du ich habe gesagt sie kommt wieder aber jetzt das erste finale machen ihr seid gar nicht dabei ja doch ich bin ja ja aber die ja ja ich bin ich nix nix nicht habe so lange ein paar andere spieler ja hallo wer ist das? ab bei uns war der Bekaufsammlung wir sind die Gäste auf Kiel es ist klar ist der Berliner zu lüten herrn ab denn ab dort ist sie der Fakten die Tourgüter bei mir Brüßbjörn auf Riesel Jürgen Rund er ist auf dem Klo die GmbH hatte der tausende Wurzett Nachrichten da geht es einfach duschen wieder ein wunderbares ich muss wieder vorbereitungskosten mitzahlen nicht zugewiesen ok 0 dollar belohnung ok sind ja alle hier doch muss mich einladen also die Missionen ich bin etwas durchlöchert der Karte wir können das ist die Kette eine ein was nicht ja ein wenigstens und sind eine Wahlartige gestorben sie gab das gleich was ich auch vom Bildschirm sehe da kann ich jetzt wahrscheinlich unsere anteile auswählen das wird jetzt ein grand finale alter ich hab 63 wartet mal ich muss da ganz kurz überweisen als ist deine hast deine hast dein geld wieder ein 60.000 alter ich habe ich 208 dollar okay jetzt habe ich 100 und 101.000 so begibt euch zu ein basis und trinkt dort ein kämpft euch durch die gegner verändert dass die server gelegt werden trefft euch mit den befreundeten agenten also der zweite punkt wird das schwieriger und der dritte auch noch mehr ich glaube wir teilen uns jetzt untereinander auf wer was macht ja ich mach den agenten vor allem weil ich keine panzerung mehr hab das ist der plan die man hat das machen alle so okay dann würde ich sagen also ein fight outfit nehmen natürlich jetzt loyalität viel zurück ja warum nicht diese mission zu spielen setzte einen fortschritt einfach keine ahnung was überhaupt heißt aber wahrscheinlich werden wir die das geld von der letzten mission nicht mehr bekommen es geht los das haben wir natürlich erstmal alles ein wer wie viel gekriegt hier das problem ist simi na gut simi würdest dann 400.000 kriegen warum wie viel kriegen wir insgesamt 650.000 ok also du würdest jetzt 97.000 kriegen ja ich bin grad noch erklärt was wie was gemacht natürlich behalte ich nicht das ganze hier teils ist gerecht auf warum hast du 55 prozent ja ich kann da nichts machen ich kann da nichts machen ich kann da nichts machen genau weil mir alles erzählt wie was funktioniert ja auf einmal habt ihr alle prozent 1 prozent auf einmal ziemlich richtig ungefähr 40 prozent weil er nämlich wirklich trinkt geld brauche ich schraube ich das jetzt hier hoch du musst bei dir erstmal was weg nehmen sonst kannst keine prozent verteilen nehme ich das weg muss auf der chill klicken dann auf die zahlen gehen weiter in zwei minuten so bestätigen 25 prozent reicht das ziemlich 200.000 200.000 aber wie viel kostet so eine basis ja ich weiß schon ein bisschen mehr aber wir haben ja drei insgesamt drei dinger wir wollen den an ja auch noch ein bisschen ganz auf 35 machen ja geht sogar noch so wer möchte noch ein bisschen mehr ich so jetzt haben wir voll 30 oder ist ja okay dann lass so also okay nicktix kriegt 130.000 zu 162 ziemlich 227 und ich finde auch 130 nice i'm ready so gut so gut 58 sekunden klicke auf das mission starten knopf ja möchte ich gerne ab da unten der großknopf in der mitte sagen wir es mal so äh ich seh aus mir muslimer raschisch okay kap ohne rs nehmen natürlich ne nee das ist mein motorwart natürlich so hier bereit zum spielen das wird das schwierigste was wir jetzt auch immer gemacht haben ähm können wir denn trotzdem auch wenn wir jetzt ein checkpot erreicht haben von da neu starten ja ne keine ahnung ach mein vorüber wird nicht angezeigt was denn müll heimscheinen neid äh ja klar ich hab das geld da auch was machen los geht's das wird jetzt so was von die frauen haben sich alle verhüllt die männer nicht ne wir haben flüssige 60 fps schön oh 140 schön die aufnahme muss ja gut laufen ja ich hab das geilste auto ach so grafik ob schon habt ihr hoch oder niedrig maximum was maximum also ich mag es auch so 80 aber ich finde es ist aber zu unflüssig es mag es nicht was bist du mit dem fahrrad es ist ja warte der holt mich ab bitte wer bitte nicht mein ạ ich hab ich grad so umgenietet hallo bitte nicht zu schießen hier das ist scheiße ich habe ich habe eine geringere er ist das beschleunigung der hält sich aus wie das ist richtig gefällt mir ja aber schwer das ist wirklich zu schwer schwer ist zu schwer ich meine man kann ja immer wieder machen das ist ja nicht man erst wenn man alle drei gemacht hat kann man alle neu starten als aber die dritte machen gibt am meisten geld aber dies aber am schwersten dann würde ich immer die mittelaste machen die ist nicht zu schwer und auch nicht leicht wenn du genug waffen hast du kannst ihm auch die schwerste ich habe alle aber die mal vom hacker bekommen also das ist die richtige mini-garten die raketenwerfer ach so ne raketenwerfer habe ich ja aber weniger nicht das bekommen was wir freigeschaltet haben was wir freischalten können und behalten hält man hat natürlich erst alle bekommen nicht die lenkraketenwerfer alles weiß ich schon aber lenkt rakete ist doch besser nein raketenwerfer macht mehr schaden und bei autos mit panzerfaust das ist der raketenwerfer ne für mich nicht du hast ja mit raketenwerfer und du hast die panzerfaust dein fahrzeug packt da hinten ein bisschen rum ich meine da vorne müssen wir mitten die stadt oder wohin ja zu den Satelliten ich steuert einfach nur mit einer Hand beste Leben oder schaffe kurve ist heute am besten mal abbremsen doch und das ist ein paar auf viele Leute das schneidt hat es auch mitgenommen natürlich geht raus die nehmen wo sind die denn alle um fahr sie alle um fahr sie er hat noch Maschinengewehr vorne also soll man richtig sein ja man kann die einfach umfahren ne da steht da um halt einfach geile panzerung der saum der längste er lebt noch da hast du das Maschinengewehr vorne wo müssen wir hin der Raketenhele Kuruma aus das wird nichts eingezeigt wo müssen wir oh die Vision ist so geil oh ey wir können gleich alle abknallen mit äh mein Gott das wird so spaßig ich wieder so ein Fahrstuhl geil wir dringen jetzt in deine Base ein das ist von den Gegnern die Basis ich weiß als wenn na gut die haben hat man mal nicht so ein geiler Fahrstuhl das ist hier warst du nicht steuern da müssen wir damit andere Sachen zerstören das macht richtig spaß soll das die Region nicht wenn man äh die gleiche Basis hat man kann glaub ich gar nicht die äh gleiche Basis kommen kann sein dass der Fafdor hier zu der Orbitalkanone führt da ist kein Fafdor, das hat einen geplanten Raum aber das ist übrigens nicht ganz die gleiche Basis am Ende fährt Jan das da am Ende fährt Jan das da ciao ciao wow der hat mir einfach einen Headshot gegeben danke oh fuck ich muss mich heilen hallelujah 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 da ist runter nehm noch die ganzen scheiß P&Qs alter warum ist denn meine ganzen Meteoriten jetzt schon wieder der wissen wir eine Etage tiefer? hä? ach Timmy wir hatten doch ein Teamleben ich? und wer ist denn noch gestorben? keine ahnung Timmy? das weiß ich auch nicht nein ach Junge Mann ich wollte doch Panzerung kaufen ja ich hab nicht genug Geld dafür weißt du warum? du hast 130.000 ne ich hab noch gar nichts das Geld kriegen wir erst am Ende ey ich freu mich an die Emissionen also wenn wir alle killed haben dann können wir einfach so Maschinengewehre von nem Flugzeug oder so steuern und dann nehmen wir alle hops ernsthaft? ne ne die Maschinengewehre sind oben an den Satelliten befestigt und dann kommen gleich ganz viele Autos ha geil ich hab exklusiv Muni die Maschinengewehre die wir steuern können macht richtig Spaß warum hab ich der Pumpgang, Alter? warum nicht? so zieh mir hier nicht vorrennen bleib mal hinten hinten bleiben von hinten von vorne oh Gott gib dich doch wow gib mir Rückendeckung ich bin der Etage tiefer ey ich brauch unbedingt essen ja ich hab komm noch was ich hab noch noch manche Queues du stellst du rein ne? ouch ouch nicht sterben von ist der Raum der so mega geil ist ich muss mir immer komplett feuern so wie komm ich hier wieder hoch? ich mich auch na als wenn ihr grad beide gleichzeitig gestorben seid ja dann hätte ich mich gar nicht heilen müssen ach komm ich bin ich? warum bist du denn gestorben? weil ich keine Panzerung mehr habe warum lädt das so lange? es lädt noch nicht mehr an da ist grad eben erst gestartet ah jetzt wir könnten explosiver vorgehen ne ich will ja eine Jagd-Jagd-Seppin ah das ist ein möglicher Anteil das heißt man kriegt das nicht ganz genau doch man kriegt noch mehr und nicht einen Bonus also das ist ein Mindestanteil sozusagen tut man die nicht mal umschießen wenn dann geht der direkt auf den Headshot weil dann sterben die direkt seit wann hab ich ne AK er hat mir einfach nen Headshot gegeben er hat mir einfach nen Headshot gegeben naja solange wenn nur einer tot ist passiert boah ich muss ich hätte mir sofort nen Headshot gegeben auch keine Panzerung mehr ich hab eine ja ja ich bin ich halt ich semi halt ich auch ja ich bin voll mir hattest du das Hälfte Leben ich hab noch ein Viertel du schützt mich ja wo auch immer der ist das ist da ja ist ok ich komm wieder ja nicht vorrängern müssen vorsicht von uns gucken okay wir sind weiter als vorhin ne das war schon ganz zurecht ach so ich hab noch nicht das war nur der langsame her was auch wenn wir irgendwelche резul noch gehen vorne oh von hinten soll man hernd hier in den Raum gehen alter das mal hier ah hier ist was nen Geisel das ist nw der Geisel wir müssen hier runter gehen hoh 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 Friends sollen wir den Computer hier unten an die Computer gott sind dafür bekommen die denn naja ich grün so ein bisschen ja habt ihr schon neustart gedrückt und da müssen wir alles von neu machen ja jetzt haben wir den checkpoint. Perfekt. Wieso lach ich so. Ist jetzt links von uns der große Raum ja ne. Nicht sterben bitte. Gern geschehen sterbe. Ach hier. Geh zurück. Geh hinter die Wand hinter die Wand hinter die Wand. Matsch ich komm mal mit. Ne da sind keine. Ich seh sie. Ich seh sie. Hab einen Headshot. Ey nicht so selber abwackeln hier ne. Hab einen. Ah. Warte ich muss mich voll heilen. Hab noch einen. Okay. There are more of these people on the way. You're gonna have to use the base's defenses to protect it. Oh scheiße. Ich dachte wir müssen hier lehran. Ey ich bin nicht keiner vom Nerven. Ich freu ich nicht. Alter wir müssen hier auch noch den Checkpoint einsammeln. Ne wir müssen hier nach oben. Oben ist der Computer nicht mehr brauchen. Ja. Kommt alle hoch. Alter. Der Fenster hat Panzerglas. LOL. Sachen alter. Alles kaputt ey. Ja jetzt können wir hier schön. Hier sind die geilen Waffen. Alter Stiegen. Ohohohohoho. Das war ein Riesen-Schwachstuch. Geschützturm. Oh hallohchen. Alter was ist denn hier los. Woowaischen ist ja Lenkast. Ohohohohohoho. Über uns noch Hohfen dass einer es schaffen wird. Wo ist denn der Helikopter, hier? Ach da! Heranzoom, Geschützt, Kleimers. Okay, wir haben alle. Nee, da kommt noch einer. Abschluss. Das ging relativ schnell, hä? Jetzt ist die Mission vorbei, glaube ich. Jetzt haben wir es schon geschafft. Nee, das war erst Part 2. Also die Server sind gehackt, jetzt müssen wir aufpassen, dass sie es nicht hacken. Und jetzt müssen wir den letzten Agenten finden. Ah ja, das ist euer. Alles ist gut, ich kenne diese Leute. Oh, ich sollte in einem Pottluck sein. Wer waren sie? Was ist denn los? Diese leute Leute haben uns geholfen. Wir kennen uns nicht, ich und sie. Wenn du denkst, dass du mich kennst, dann wirst du nicht. Kann ich diesen Platz jetzt in Lockdown geben? Nö. Ich habe schon hier gestört. Nein, es gibt keine Pottluck. Welche Tasse könnte ich denn? Oh. Oh, schaffe ich den, Alter. Äh, da ist ein Einstiegsloch um. Wie kommen die denn alle hier rein? Wir haben doch da oben gerade alles umgebracht. Also. Ich hatte ein komisches Gefühl, dass der Typ ein Verräter ist. Witzige ist, er ist sogar ein Verräter. Wow. Wann verrät er uns? Im zweiten Part? Dritten. Wann ich sagen, was zur dritten Mission passiert? Ja. Er jagt einfach mit seiner KI Clifford. Also er will die ganze Welt hochjagen. Dann stürmen wir in den Bunker und töten beide. Ja, den Computer können wir gar nicht töten. Doch, wir tun die Serververlieben zerstören. Nein. Aber dann wird doch meine Zentrale auch? Nein. Aber irgendwie war das einfacher als das vorhin. Anfurs. Danke. Ich kaufe beide von euch. Ein kongressionaler Medal. Eine große Party in der Kapitale. Es ist ein Ehre zu sein. Oh Gott. F*** dich selbst. Nein, nicht du! Was heißt das denn als im Haus? Hey, das Auto ist einfach gerade gespawnt. Hey. Kann ich den jetzt in die Luft sprengen, oder? Nein, der ist schon weg und nicht. Wo ist meine Assistentin? Ich bin supposed, dass ich in die Strecke kommen werde. Easy! Geht's ja online. Du hast den besten Weltaktisch... Oh Gott, Alter! Jetzt hab ich Silber nur bekommen hab. Ich hab 65.000 nur bekommen. Ich auch. Nein, das ist 56.000. Das ist das, was wir verdient haben. Achso. 130.000, ja. Elite, ja. 180.000. 180.000. Wow. Und Simi, wie viel hast du jetzt? 500k glaub ich. Wieviel kriegen wir dann im Finale? Im Finale hat man, glaub ich, 1,3 Millionen, die man verteilen kann. Dann kann ich mir jetzt endlich mal ein Centone kaufen. Wenn, wenn ihr dann da mitmacht, ne? Das Finale, das dauert ja noch ein paar, ne? Hasino heißt Lunscher aber am meisten. Ja, aber das... Hasino heißt jeder kleine Million. Ist trotzdem ein bisschen zu schwer. Ich will nix sagen. Ich will nix sagen. Ich will nix sagen, aber die Aufnahme... Erzähl mal Spirn, dann hätte ich meine Liste abgeabmeidet. Warte, wir kennen ja jetzt noch, äh... Anja, es war bei Kalli. Verdammt. Ich will nix sagen, aber die Aufnahme geht etwas lang, ne? 24 Minuten erst. Es reicht. Ist fast ne halbe Stunde. Boah. Wir machen doch die letzte Party, ne? Wenn wir feiern, wahrscheinlich. Willst du endlich mal aufhören zu laden? Es ist schwarz und lang. Und schwarz heißt es, also wenn ich jetzt mal ehrlich... Ja, ich bin direkt in den Storymodus geflogen, also... Ich noch nicht. Also ich hab grad noch... Kennt ihr den letzten Raubüberfall schon? Welchen letzten Raubüberfall? Letzten Raubüberfall vom Apartment. Ich hab noch keins. Apartment hab ich schon nicht. Wir können heute irgendwie so 8 Folgen aufnehmen, hab ich so das Gefühl. Weil... Wir haben ja jetzt noch die anderen Ausrüstungsmissionen und so. Die neuen... Ah ne, warte. Wie viel muss ich jetzt als Startdings wieder bezahlen? Für den zweiten Markt? 100.000... 65.000... Keine Ahnung. Oh, 65 muss ich fürs erste Mal bezahlen. Wie musstest du bei dem ersten bezahlen? 65. Dann jetzt glaub ich 75 oder 80. Ja, jetzt sind wir hier alle uns, ne? Auszeichnen, ist der 800 RP. Na ne kleine Pause, guck bis Netflix, dies das. Ja. Ja. Dann würd ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Macht's gut. Jetzt hab ich Polizei. Schei. Und tschau, die Leute. Und tschau, Leute. Ich blog'ncía, dschau.